Moment, Weapons Storage Room, Training Center. Hier ist ein... Der fuck ist kein Problem, Junge. Alter, wir haben hier den ganzen... Oh, da ist sie, die Büchsemacherin. Schießt dann, da will ich hin. Ich glaube, ich kriege hier irgendwelche Punkte, weil ich hier irgendwas direkt rekordmäßig mache. Äh, Übung, Punkteangriff, Zeitangriff. Test your Might. Perfekt. Geil, ey, ey. Ist einfach so im Bild reinzumachen. Ich muss zu Reloaden, das ist voll unfair. Geil, ey. Ich muss das nicht verraten. Geil, ey. Geil, ey. Geil, ey. Geil, ey. Geil, ey. Geil, ey. Grobe 애� der könnten? Geil, ey. Geil, die sind nur wieder außerhalb. Geil, hässer, ey. Geilen Sie jetzt über einen Resort auf die Spitze. 輕 mach zu mir zum Kneu Sally. ist sie. Stone. Haha, Punkteangriff. Man kennt ihn. So. Das waren Punkte, ne? Zeit. So, dahinten. Oh, easy. Easy Points. Easy Win. Treffer gut. 85%. Kein Problem. Bestenliste Erster. 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 So, jetzt noch die anderen zwei Minigames, ne? Ein Übungsmodus, den du endlos ziehst, damit du ihn schießen kannst. Ach so. Ja, dann brauch ich das nicht. Ich bin schon die Beste. Easy. Ich hätte nicht gedacht, dass man im Training eine so hohe Punktzahl erreichen kann. Ich bin sprachlos aus den Siegern. Aber unabhängig davon, wer gewonnen hat, habe ich mein eigenes Sturmgewehr so modifiziert, dass es besser zu dir passt. Also kannst du es gerne benutzen, wenn du willst. Easy. Neue Waffen. Mal Platz. Was? Kampfgebiet. Mal sehen, was hier abgeht. Was? Kampfgebiet. Mal sehen, was hier. Komm her. Komm her. wer ist der nächste fuck ich denke aber beim parieren das ist halt quasi auch zurückstoß aber noch mal so zack fuck die ganze angriffe dieser schwere angriff der mach mich fertig wirklich der mach mich fertig bin ich eigentlich meine da habe ich doch erhöhte zeitfenster für paraden beim abwehren um das doppelte kostet tausend nochmal einmal probier es noch und dann gehe ich zur büxelmacher rein so 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 Ups. We do, kinder, sorter. He drops by every now and then, we watch a movie or something. I feel like we are done, you know. But he is still coming back with the weight of the whole world on his shoulders. He is either on a night shift at the hospital or at his folks place. At least, that's what he is telling me. And that guy from forensics. Nope. Yes. I don't know. It's complicated. Life is complicated. I kind of wish to rewind to the place where everything went wrong. With Lobe? With everything. Detective, a serious long-term relationship requires commitment and patience. Trying to fix a relationship that you were not committed to in the first place is an ill exercise in self-deception and vulnerability. Done. What? Your rifle is ready, Hana. What happened then? Nothing, really. We just had a drink. He's kind of cute, though. Yeah. Psycho cute. He likes cats. He likes cats. This is not an argument. Hey, we were in the middle of something here. I smell cat's piss for some reason. What could it be? Hi, Vivian. Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ. You're an animal. No, Stone. I'm a gourmet. Place your bet and let the Wheel of Fortune make a choice for you. Tonkotsu. That's a good one. First, you observe the bowl. Appreciate it. According to the record of the Yokohama Ramen Museum, ramen originated in China and made its way to Japan in 1859. We know that the first specialized ramen shop opened in Yokohama in 1910. Tonkotsu, the pork bone, is something Lieutenant Hannah Stone was really looking forward to. And so did Sergeant Arnold Herzog. Eat the pork. No, 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 no. Just touch it. What's important here is to apologize to the pork by saying, see you soon. Oh, shut the fuck up, Herzog. Oh, at least slurp the soup. Shut the fuck up, Herzog. Sometimes I feel that you hate George. A good bowl of soup is better than sex, don't you? You're just doing it wrong. What's the deal with you and this goddamn soup? I enjoy life, not the soup. It's pretty good, though. Something I really missed in the camp. At least you had a cellmate. Uncle Bob, yeah, right. And a bunch of other guys. Uncle Bob? Yeah, a former spec ops guy with a serious cognitive disorder. There was that tune that he was whistling. God, I hated it. And he'd be waking up completely naked for some reason, screaming that the enemy artillery is attacking his position. He was with the days. There's more male nudity in your stories than in a Joaquin Phoenix flick. What can I say? I'm a sensual guy. So what happened to Uncle Bob? Oh, yeah. He finally killed himself. How? With a spoon. A spoon? Yeah. And there was this other guy, Curtis. Special Forces. He was a stand-up guy. Suicide. Spooner. Spooner. Then there was this crazy Russian chick. Kolchak. Some serious nightmare, she asked me. They actually locked up a woman with you? No. It was me who got locked up with her. You're gonna finish that? Yeah. I paid for it. What the fuck? What? Drücken sie Tasten zum Lied, um weiter Rahmen zu essen. Die Rahmenschlüsselanzeige auf der linken Seite wird mit jedem erfolgreichen Tastendruck kleiner. Wenn die Rahmenschlüssel komplett er ist, kannst du dir Rahmen nachfüllen lassen. Der Schwierigkeitsgrad des Liedes steigt mit jedem nachfüllen. Wenn sie einen Tastendruck verpassen, erhöht sich die Anzeige und das Spiel ist vorbei. Wenn die Anzeige vollständig gefüllt ist... What the fuck? Ja, genau. Bonusnotizen helfen die Rahmenschlüsselanzeige zu verringern. Einmischende Notizen halten. Stone vom Essen ab und verhindern. Vorübergehend Tasten. Das ist die... Ah, jo. Neue Rahmen. Menüs können als Belohnung für das Caps the Capture Card Crane Game im Polizeipräsidium erhalten werden. Jedes Menü hat ein anderes Musiktitel und ein anderes... What the fuck? Ich kann das nicht mit WHASD. Bitte zeig mir links, rechts und sowas an. Das kann ich. Aber nicht WHASD. Ich weiß nie, wo WHASD aus in die ist. Ah, scheiße. Woher soll ich wissen, wo A ist? Okay, A ist links. Ah, what the heck? What? Ah, fuck. Dafür brauche ich Controller. What is he doing now? What is going on? Wo steht dat die? Fuck. Ja, genau. Ihr seid doch alle wahnsinnig, oder? Es ist, äh, hier. Ach, Messen. So. Scheiße. Ah, fuck. Oh, der lenkt mich aus. Das, äh. What the heck? Ja, mit zwei Reihen, verpiss ich. Ja, genau. Ihr träumt noch nachts, Alter. Ja. What? Wer soll das können? Ich weiß gar nicht, wo A so ausfindig ist. What the fuck? Ja, das muss ich nicht nochmal wiederholen. Holy shit. What the fuck? Ja. Mit zwei Reihen kommen die an, Alter. Ja. 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 Das war's für heute. Wir sind in den USA bevor der Krieg, aber wir haben keinen Zugang zu den Schiffen. Stone, erzähl Elinor Abernathy, dass wir hier nicht für die Entropik-Viehre sind. Ich habe das gehört. Was bist du denn? Both of you. Die Entropik-Principle ist eine philosophische Konsequenz, dass jeder Daten wir über das Universum überprüft wird, indem wir den Fakt, dass in Ordnung, dass es in der ersten Zeit zu sehen ist, muss es mit der Säpient-Viehre mit der Säpient-Viehre zu sehen sein. Ich glaube, wir haben sie verabschiedet. Mach es schon. Turn auf die News. Der Synthetik ist für Bankrupte. Wie ist das überhaupt möglich? Don't know, don't care. The Continental Standard needs your help with the assets. Wir sind noch mit der Force. Weißt du das? Was help? A bunch of Synthetiks about to start a riot. Identify them, scan them and release them to the bank. Wir sind kein Repo-Man, Captain. First and foremost, you're the mobile riot police unit. Start acting like one. So, mit dem Aufzug abfahren. Herzog, Rahmenschüssel. Als ich die Rahmenschüssel im Spielraum sah, musste ich einfach Rahm haben. Die Verlockung der Schüssel ist unwiderstehlich. Wenn du neugierig bist, dann schau es dir selbst an. Trau mich nicht an die Rahmenschüsseln. Hey, can I see that gun again? Na klar. Hey, can I see that gun again? Na klar. Hey, can I see that gun again? Na 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 na. Hm. Das sind alles ihre Katzen, die hier rumwandern, Alter. Ich mag ja Katzen, aber so viele brauche ich auch nicht. Vielleicht in Halle. Da seh ich mich. Kann ich hier irgendwen aus dem Spinn ziehen und du musst wieder arbeiten. Okay, hier ist nichts los. Lobby Empfang. Da waren wir noch nicht, oder? Ja. Auf zur nächsten Mission. So, check this out. Yeah. A guy who wakes up. Massive hangover. So? So, massive hangover. He's about to throw up and shit. He notices that he's naked, like no jeans, no undies. He reaches for his dick and he finds that he has four balls. Okay. So, he immediately grabs his phone and dials his old man. Dad! Dad! I woke up the morning after and suddenly I have four balls! His dad goes, get out of there son, you're being fucked! You're done. What the f- Dang. Okay, two minutes. Got it. Question. I don't know what the cents count as property. In a way, I guess they do. They want higher wages or something. That ain't what this is about. Have you ever seen a synthetic? No. I'm not sure these are allowed on the other side. They want to go to the island. Don't give them hell. They might look human. They might act human. They're not. Open fire! You don't have to go to the island. Houthu. Sink your rifle with me. Hang on. The wind is heavy. Oh shit Dead, alter, der wollte uns abknallen Good work Ja, der nächste Good shot Bring the bird down, we continue on food Oh shit Kriegt ihr noch was, irgendwas? Kann ich upgraden? Ich kann upgraden Erhöhte Stärke von Nahkampfangriffen um 15% Hat ich nicht hier irgendwo Wo war denn das? Hab ich da nicht irgendwo gesehen, dass ich hier irgendwas welche haben, oder nicht? Da hat ich mir ja schon geholt Hm Na komm, geben wir mehr Angriffs Damage Ich halte Seelenfertigkeiten frei Komm her Aua, what the fuck Verdammter Android Ja Sprügel Da wieder eins, der lange am Boden liegt Alter, der hätte aber auch eine Menge aus Oh, der Granate Holy hell Der hat eine Waffe Lass die Waffe liegen Zack Oh shit Aua Granate Da hinten So So Zack Her mit dem Arm Putz Jetzt du Hehehe Ich dunk die falsche Taste, Alter Ich bin so ein Hong Ich bin so ein Hong Oh, Deo Mit der Aaaaah Junge, da sind sie ja alles Die sprengen sich alle Wie die Irren Oh nein Feuer Aaaaah Jo Come the fuck down, nigga Ich mach mich gut am hier, du Drecksack Was ist mit denen, Alter Die springen sich einfach Verdammter Roboter Rene Oh So Du kriegst eine im Gesicht Ums Gesicht Jetzt hab ich deren Verteidigung zerstört, aber Wollte eigentlich deren Leben nehmen Oh shit Alter, ich kann nichts Hätt ich Ich bin so ein Volltrottel Nicht durch die ganze Zeit Die Sprint-Taste Zum Abwehren Oh, du brauchst ja keine Arme Du magst ja keine Kekse Holy hell, Alter Hör, die brennen auch alle Ah, wir brennen Ja Jesus Ich hab keine Munde mehr Gib mir dein Leben Fangen da hinten Fangen da hinten Du musst dich nicht durch die Das musst du tun Du musst dich tun Naja Du musst dich tun Wuuuuh! Das ist was ich mag! Das... Gib mir die... Gib mir die verdammte Würfe! Ich will den! Ja, wie komm ich hier raus? Damn, look at this! Einmal in uns rein! Granate für euch! So, zack! Ja, auf meine Kollegen anzugreifen! So! Gut! Holy moly! Au, ich brenne! Ja, ich komm nicht aus dem Feuer raus, weil sie immer noch da drin steht! Katze! Hier, wo die Schuhe! Duh! 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 Die Heilige Mutter, Alter! Oh oh Dreckzack, man, ein schwerer Angriff, Alter Er täuscht so richtig Anweise Ich sag, krieg's ein So Alter Können wir mal aufhören, uns ja alle zu sprengen? Ja, jetzt brenne ich wieder Und kann nichts machen Außer dich abschlappen Guck mal, was passiert hier? Alter, wo ist die Kamera? Die Kamera ist buggy Alter, die Kamera ist so buggy What the heck? Schießt ihr Pfeifen Ich hab zwei mal gekillt, what the fuck? Ich schick mal das denn? Aua, ja What the fuck? Ich bin der Versteck Hör auf mit der Scheiße Ich könnte ein bisschen Leben gebrauchen Just saying Ja Er spammt sofort auf mir Ich bin dead Und jetzt ist natürlich Die Kettensäge weg Sehr geil Das find ich voll scheiße, ne? Dass die Waffen nochmal rum verschwinden Ja Munition Ganze 10 Schuss Ja, da kann ich ja richtig viel mit machen Da muss ich ja aufpassen, dass ich Nicht zu viele Gegner mit kill Ja, das ist gew want Mt' future Oh, mit Ich habe keine Erw Sége von diesem Team Den Tag Ichacak Knall dich einfach ab, ist müde oder egal So So Verdammte Bauarbeiter Das ist alles ein Meme Einfach über deinen Kopf hinweggesprungen, like what? Komm, schieß nochmal Ja Komm, ganz hinten Spawn mich ganz hinten Ja Alter, ihr seid doch wahnsinnig Alter, was sind denn das für Was sind denn das für Savepoints, ehrlich Absolut shit Leute, Feuergranate Wirklich Der ist nochmal weg Oh, spämen wir mal auf den hier ein Perfekt Ist ja bei jeder Gelegenheit Einfach an den Gegnern vorbeispringen Das ist auch so geil Fühlt sich sehr an den Punkt Ich werde nichts sagen, aber ich glaube, es hat sich so gar nicht interessiert Ich werde Reload Stopp, stopp 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 Ich bin so voller Blut, Alter Es ist schon cool, ne Es ist wirklich schon cool Aber die Savepoints hätten wir noch ein bisschen besser geschalten können, du bist Ah fuck Ah fuck Stirb endlich, du Dreck Das wird ein ganzes Massaker hier pfeifen Oh shit Wenn die so gerade zuschlagen und man die tritt, dann dodgen die einfach Weil die zugeschlagen So, zack Zack, ich will jetzt nicht sterben, weil ich aussehe wie Kill Bill, Alter, gerade in dem fucking Rampage-Modus hier Holy shit Aua Come here, du So, mal eben hier, wenn ich full life bin Nette Spitzucker Ah, ich kann damit sogar ausweichen, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut Okay, ich muss aber Genau deswegen, Alter Der Wichser hat mich auf 1 AP untergeschossen Verpiss dich doch mal, Alter Ich komme um die Ecke und kriege So einen Schuss ins Gesicht, du wirst Was willst du da machen? Alter Alter Alter, erstmal hier ein Leben reinhauen Bevor gleich noch einer kommt und mir so einen Schuss reindrückt Vielleicht noch mit sprinten Jaaaaaa So, Hundesohn Okay, die sehen alle sehr sauer aus Gehen wir mal die hier Hä? Holy Nicht im Ernst Die hat sich bei einer selbst Ich hab mich bei einer selbst gekriegt Das ist nicht Das kann alles nicht wahr sein Ich hab 1 AP, weil ich hier Geschossen 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 hab Hä? Die Schüsse landen gar nicht bei denen Was ist das für ein Meme? Ja Jetzt hab ich keine Muni Keine Waffen Kein nichts Könnt ihr die mal killen bitte? Nein Gehen wir den Schuss Gehen wir den Schuss Gehen wir den Schuss Gehen wir den Schuss Könnt ihr missen Leben mit dem Ball Ich bin nur sagen Bitte, warum? Ich bin... Ich hab auch so eingedrückt Ich hab sogar ausweichend gedrückt Mist, Alter, stirb du mit deinem Direktraketenwerfer Granatenwerfer Analyse Reefsortenwerfer Ich hab auch so ein wirkliches Guck! Okay, ich hab alle nacken, was ich habe, oder? Das ist alles klar Ich hab das nicht mehr mit Knoten Verdammt noch mal. Ihr seid ja furchtbar. Ich bin nicht afraid. Jo.